Herzlich Willkommen zurück Leute, Super Smash Brothers mit Jones. Yes, the final match. Welchen Sucker hast du jetzt genommen? Ich habe ein ganz schönes, der meine Grazie ausdrückt und das was ich auch in der Freizeit gut praktiziere. Was praktiziert der in der Freizeit? Ja was hab ich schon mal? Ich werde dich wegjogern. Da du fang den Handball. Ah! Achtung! Oh, die Katze! Fuhu, Junge! Jaaaaah! Der hat dich, der Schwein! Oh! Aaaaah! Big Robin! Ja, da bin ich ganz gut gerade. Na ja, komm jetzt nicht! Nehm mich nicht weg! Ach, den auch noch nicht! Fuck off! Ja, ja, schieß nur! Ah, ist vorbei. Und? Bombo! Yes! Weg mit dem Jetpack! Komm, was dein Fernseher läuft! Pokémon flieg und sieg! Ah, den! Den! Der, der macht den! Du hast ja auch keinen Meisterball gewonnen, sondern so'n Gameball! Ja, aber du hast so'n... Akarion oder wie ist das? Oh! Endlaser! Oh! Oh! Yes! Besten Pokémon in ganz Pokémon-Welt! Nein! Aber ich bin da! Ah, du gib... Ha-ha! Ha-ha! Oh, komm! Ist dies die real life? Äh! Ach, du Sucker! Ja, komm! Was ist das für ein... Komm schon! Jones! Ja, stimmt! Ja, die Mama! Da gibt's Rackbait! Rackbait! Ich hab die Mutter ja gar nicht gesehen da hinten, ey! Ja! Du schenkst dein Abwärtsgeld und den Herren anscheinend! So, da gibt's die Mama! Ja, ja! Ja, komm! Ja, eh! Ja, eh! Crap-Wulli, äh! Es kann tacklen, ey! Los, eh! Wolli, tacklen ihn! Flammen wir fahr! Flammen wir fahr! Hopp! 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 Äh! Äh! Mehr Yoga! Ah! Dude! Oh! Ah! Oh, das geht nicht mehr?! Nee, nee! Weil, wenn du... Dann komm... Ah! Weil, wenn du das machst... Ähm... Wenn du... Weil... Wenn du... Wenn du dich an die Dings grabst... Äh, dann an die Edge... Dann... Und ich geh hin, fliegst du weg! Dehne deine Schulter! Ja! Dehne deine Schulter! Aaaaaaah! RECKMOOOOOOON! Pfff! Total! Ja! Hau! 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 Nein! 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 Ich hab ohne. Oh Lecker! Aber wir feiern mal meinen Laser! Nein, du musst das wissen. Haaa! Rekt mei... Oh oh! Arschfeuer hat sie gesagt. Warum geht dein Strahl durch und meiner Macht von der Kiste halten? Nein! Dornen groß! Dornen groß! Ich wollte auch. Du kriegst Kälte. Nein! Die Mutten! Rekt mei, sagst du? Ich wollte springen. Oh! Wombo! 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 Oh nein! Nein, 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 nein! Oh nein, ja, 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 ja. Das ist der Haare der Seite! Ich bin auch... Oh, die Schulter dehnt! Hahahaha! Weil du dich gedehnt hast! Wombo! 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 Ich würde dir sagen, mit Yoga werde das nicht passiert! Äh... I do not believe! Ja, weil du... Kann Yoga... Du machst zu wenig Yoga! So, letztes Spiel! Oh, Dereen! Ja, aber Dereen macht eigentlich schon Spaß! Was? Der Charakter macht echt Spaß! Ja! Auf Englisch ist da Robin, was viel... Was ist Dereen? Dereen... Ich kann auch noch aus der Serie kommen! Ja, ich habe das Spiel gespielt, aber ich glaube, der hieß da auch Robin! Dereen ist so... Hä? Wie haben wir es jetzt genommen? Weiß ich noch nicht! Still searching, ey! Ich habe eine Frau ausgewählt! Das ist mal mein Tipp für dich! Da hast du ja wieder Top-Tiara angenommen oder so! So richtig kenne auf jeden Fall! Eine sehr hübsche Frau! Mit der würde ich auch aufm Eis gehen! Na ja, mal schauen, ey! Gannendorf! Luzina! Ist der... Ist der Mario bei dir real oder unreal? Oh Gott, Sound schon wieder weg! Oh! Oh! Nein, nein, nein! Ach komm! Na, guck mal hier, der Mafia Mario! Das stimmt eigentlich! Oh, ist weg! Doge! 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 Huah! Huah! Ja, 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 ja! Uh! Stop! Okay! Stop! Stop! Das gibt's doch nicht! Ah! Look! Oh, falsche Richtung! Oh, falsche Richtung! Oh! Das wurde gecoint, habe ich gehört! Ach! Sie nennen mich der Doktor! Ja! Und oh auf! Oh! Oh! Du auf! Oh! 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 Ja, das bleibt. Das auch nicht. Oh, wirklich. Easy. Easy. Komm! Gewehr ich für die Sache! Ah! Den hättest du gern, was? Ja, den wollte ich schon haben. So lange Glück gehabt, ey. Den hier! Zweimal ein Dammel-Pokéball! Dammel-Pokéball! Und der wirft einen weg und der andere legt drüber. Ich dachte immer, keine Elektro-Pokéball! Was war das? Hopp! Ja, ich... Jetzt krieg ich wahrscheinlich nie wieder einen Pokéball. Da kommt mein Homie jetzt, da kommt mein Homie. Oha! Okay, der ist mit der Scheiße! Oh nein! Die Störung ist verkehrt, Scheiße! Ich hab mich selber gerackt. Gerackt, mate? Aber es ist cool, das zu spielen. Oh! Es ist... Oh! Oh, der ist wieder normal! Oh! Willst ich dein... Street Fighter Pad anschließen? Dann hättest du leider keine Chance. Ja, ja! Oh, du Sucker! Oh, schau mal! Das bist du im Pokémon! Jaaa! 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 Das ist doch so... Das ist doch so... ...behindert, ne? Das ist besser, Alter! Das ist so ein Scheiß, Alter! Das ist so... Man kann... Man kann nichts tun, ehrlich, nichts! Hat Spaß gemacht! War das der erste Kampf? Das war die zweite! Ja, das war die zweite! Ja, Leute! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Dann schau ich mal, ob ich mit der Aufnahmebox machen kann! Vielleicht hole ich mir ne neue oder so! Bis dann! Tschüss! Tschüss!